Hallo und herzlich willkommen. Heute gibt es mal eine etwas andere Art von Rätsel und zwar ein, ja mehr oder minder ein Logikrätsel, wofür wir keine Mathematik brauchen, sondern einfach nur ein bisschen nachdenken und dann müsste man eigentlich auf die Lösung kommen. Es handelt sich um das Rätsel des Dschungelcamps. Das Dschungelcamp ist vielleicht den meisten ein Begriff. Hierbei handelt es sich um eine Spielshow, bei der Kandidaten im Dschungel überleben müssen. Dabei müssen sie Prüfungen machen und wenn sie diese Prüfungen bestehen, erhalten sie Nahrung und können so sich die Bäuche vollschlagen. Unsere Kandidaten haben eine Woche jetzt im Dschungelcamp gut überstanden, haben Prüfungen gemeistert und haben Wasser und Nahrung zu Genüge. Alles gar kein Problem, richtig glücklich. Ihnen fällt nur langsam auf, dass die Petroleumlampe, darin das Petroleum immer mehr abnimmt, was gar nicht so gut ist. Das ist nämlich die einzige Lichtquelle, die sie zu später Stunde dann haben und wenn es dann abends dunkel wird, bekommen die natürlich alle Angst und wenn die Petroleumlampe ausgeht, wäre das nicht so gut. Jetzt ist die Frage, was können die Kandidaten tun, um zu verhindern, dass der Docht aus dem Petroleum heraus oder nicht mehr an das Petroleum herankommt und dann würde auch die Lampe ausgehen. Das wäre natürlich sehr schade, denn dann gibt es kein Licht mehr. Also was können die Kandidaten tun, damit das Petroleum wieder steigt? Petroleum haben sie nicht zur Verfügung, sondern nur die erwähnten Dinge. Also was können sie tun, was müssen sie machen, um die Lampe davor zu retten, dass sie ausgeht? Dann wünsche ich mal viel Spaß beim Grätseln. Ist gar nicht so einfach, aber auch nicht so schwer. Also versuch's mal. Ciao.